Was ist das Land mit der wirtschaftlichen Stärke, der demografischen Stärke, das ist demografisch das größte Land in Europa mit Abstand und ich würde sagen auch weiterhin mit der intellektuellen Kraft von Deutschland keine Führungsrolle übernimmt. Auf der anderen Seite ist aus meiner Perspektive, mittlerweile an amerikanischen Perspektive abzusehen, dass Deutschland eigentlich keine Konzeption der Außenpolitik hat. Deutschland hat nur eine reaktive Konzeption der Außenpolitik, eine Militärpolitik hat Deutschland noch weniger und das ist eine eigenartige Asymmetrie. Das hat ganz gewiss in technischer Hinsicht, in juristischer Hinsicht und auch in moralischer Hinsicht mit der deutschen Vergangenheit zu tun. Wenn ich sage in juristischer und technischer Hinsicht insofern, als das deutsche Militär das einzige Militär der Welt ist, dass jede Entscheidung über das Parlament laufen lassen muss. Eigentlich ist deswegen dieses Militär zum Beispiel verteidigungsunfähig. Also wenn man sich irgendeinen Überfall auf Deutschland vorstellt, müsste erst der Bundestag zusammentreten, um zu beschließen, dass Deutschland verteidigt werden darf. Das ist eine eigenartige Asymmetrie, die aus der Geschichte verständlich ist. Zugleich, also wenn man viel in Europa reist, das wissen Sie als Schweizer besser als ich, gibt es in Europa bis heute moralische Vorbehalte gegenüber der deutschen Politik, die historisch begründet werden und auch historisch zu begründen sind. Das kann zum Teil problematisch sein, wie die aus ökonomischen Notsituationen geborene Forderung Griechenlands, dass Deutschland uns auch heute Reparationen leisten soll. Wenn ich deutscher Politiker wäre, was ich glücklicherweise nicht bin, würde ich, glaube ich, dagegen argumentieren. Es gibt aber eine Dimension, und das ist eine Dimension, die sich sozusagen nicht abarbeiten lässt, nicht bewältigen lässt, in der das Verbrechen, die Verbrechen, die auf deutschem Boden geschehen sind und im Namen der deutschen Nation geschehen sind, bis heute präsent sind. Und ich denke, und das ist ein schwacher Begriff, aber ich glaube, der Begriff, an den man denken muss, dass die adäquate Reaktion darauf eine Reaktion des politischen Takts sein müsste. Es bedeutet nicht, dass Deutschland keine konstruktive Außenpolitik haben darf. Ich denke, es bedeutet nicht, dass Deutschland so wenig Militärpolitik haben dürfte, wie es im Moment hat. Aber es bedeutet schon, dass, was immer Deutschland außenpolitisch und militärpolitisch unternehmen könnte und heute eigentlich nicht unternimmt, im Bewusstsein dieser spezifischen Lage der Vergangenheit geschehen müsste. Und das bedeutet eine bestimmte Tonalität. Das bedeutet auch in nicht-militärischer und außenpolitischer Hinsicht, dass bestimmte Töne der Kraft und der Stärke vielleicht von deutschen Politikern weniger zu vertreten sind, als das für einen französischen oder einen englischen und ich würde als Amerikaner sagen, auch für einen amerikanischen Politiker und für einen Schweizer Politiker ohnehin möglich ist. Das Problem liegt darin, dass diese Dimension der Tonlage, also es ist eine Metapher, aber diese Dimension der Tonlage eine ist, für die man keine kohärenten Vorschriften schaffen kann. Es ist eine Frage des Takts, so wie in einem persönlichen Gespräch und einer persönlichen individuellen Beziehung. Takt etwas ist, was manche Leute haben und andere nicht. Und ich denke, bisher haben nur sehr wenige deutsche Politiker in diesem Sinn Takt gehabt, aber es gibt welche, die Takt gehabt haben. Einer davon ist Willy Brandt gewesen.